Hallo ihr lieben YouTuber draußen! So, auf YouTube tummelt es sich ja schon wieder hier. Christmas-Looks, Haar, Weihnachten hier, Augen-Lippen-Face. Und dann dachte ich mir, die Nadine, die springt auch auf den Polar-Express und macht euch auch einen Story. Das kann sich das Heo aussprühen. Nee, für mich ist Weihnachten einfach rot und deswegen habe ich auch einen Bordeaux-Look gemacht. Durch das Licht, Sven lenkt mich ab, durch das Licht wirkt dieses Auge einfach... Nee, doch, dieses Auge wirkt viel greller, aber so ist es gar nicht. Also eigentlich sind die sehr gleich. Und bevor das Sven mich jetzt noch weiter ablehnt, wünsche ich euch viel Spaß am Tutorial. Stay tuned! Du bist ein Blödi! So, ich hoffe, die Lichtverhältnisse lassen das jetzt zu. Ich habe eine getönte Tagescreme auf dem Gesicht und die Augenbrauen nachgezogen. Und ich fange jetzt ganz einfach an mit dem Benefit Creases Cream Eyeshadow in Stiletto. Das ist so ein Bordeaux-Lila etwas. Eine superschöne Smoky-Farbe, die ihr sehen könnt. Und das nehme ich einfach mit einem abgeschrägten Lidschattenpinsel auf. Das hier ist der Sigma Medium Angus Shading E70. Und den tippe ich hier so rein in den Eyeshadow. Und gebe jetzt den Eyeshadow einfach nur total unordentlich auf das ganze bewegliche Lid. Mit diesem kann man halt so schön auch in die Lidfalse gehen, weil der abgeschrägt ist. Und leider kommt die Farbe nicht so schön rüber, wie sie in Wirklichkeit ist, weil es ist halt dieses Bordeaux vergleichbar mit Cranberry, aber eben noch mit so einem Touch Lila. Und ich ziehe das auch über meine Lidfalse hinaus, dass man, wenn ich gerade ausgucke, das noch sieht, also über der Lidfalse. So. Mehr ist das schon gar nicht. Also einfach nur ganz... Der Amerikaner würde sagen, Messi erst auf dem beweglichen Lid verteilen und dann die Reste eben nach oben ausschattieren. So. Dann kriegt ihr auch automatisch diese Form hier. Und eigentlich ist der Farbton so. Ja, das Licht fängt diese Lila Pigmente leider nicht auf. Super schöne Farbe. Sowieso, das Licht ist eigentlich grausig, um Tutorials zu filmen, aber ich dachte mir, bevor ich nie wieder Zeit dafür finde, mag ich das jetzt. So. Und dann gehe ich in meine Sleek Sunset Palette und nehme mir einfach diesen schwarzen Ton. Wenn ihr kein creaseless Cream Eyeshadow von Benefit euch holen wollt, dann reicht auch dieser Ton direkt neben dem Schwarz. Den könnt ihr mit ein bisschen Lila noch mischen. Dann ist es ein bisschen so. Ich nehme dann wieder so einen Pointed Crease, der heißt glaube ich Pencil Brush E30 von Sigma und setze den mit dem Schwarz nur mein Outer V, also mein äußeres V. Und wirklich nur ein bisschen, weil ihr seht schon wie intensiv das auf der anderen Seite geworden ist. Das ist halt wirklich ein Look für Mutige, beziehungsweise zum Weggehen. So, und dann nehme ich einen Blender und das ist der Tapered Blending E40, auch von Sigma. Ihr seht, ich habe mir die Sigma Pinsel jetzt auch zugelegt, weil irgendwie jeder Guru auf YouTube die hat. So. Und da wollte ich die auch mal testen. Und ich muss sagen, bis jetzt bin ich echt von der Quali total begeistert. So. Ihr seht, einfach mal ein bisschen verblenden. Wishy, wishy, wishy. So. Zack. Ähm. Wo ist mein Q-Tip? Mit dem Q-Tip mache ich ja mal gerade den Rand ein bisschen sauber. So. Das war es auch schon fast. Jetzt mache ich mit dem P2 Perfect Look in der Farbe Brown. Ein bisschen auf meine Wasserlinie, aber nur so ein Drittel. Und das gleiche auf der oberen Wasserlinie, aber auch nur ein Drittel. So. Und jetzt ziehe ich noch einen Lidstrich. Und das mache ich mit meinem liebsten Eyeliner im Moment. Dem Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner von Maybelline. Schwarz einfach nur. Eyeliner-Pensel. Und zack. Einen ganz dünnen Lidstrich. So. Und jetzt mache ich noch eine Sache. Und zwar mit dem P2 Open Your Eyes Stift. Einmal oben unter der Augenbraue. Und ein bisschen hier im Innenwinkel, damit da was geöffnet wird. Leicht verwischen. Das sieht jetzt viel heller aus als auf der anderen Seite wegen den Lichteinflüssen. Aber damit ihr nicht meckert, mache ich hier noch ein bisschen, damit das ein bisschen gleich aussieht. So. Die das noch verwischen. Fertig. Und dann nehme ich noch eine Mascara. Und zwar nehme ich die Catrice Lashes2Kill Mascara. Einfach nur eine Schicht, weil ich finde das Auge ist eh schon dunkel genug. Aber eben durch diese dunklen Farben, dieses anrühchige, dieser Bordeaux Ton und Lila, das ist für mich halt sehr weihnachtlich. Und eben auch im Winter darf man ein bisschen mehr auftragen. Meines Erachtens. So. Zack. Die Augen sind damit fertig. Und ich werde auf den Wangen nicht viel machen. Wo ist es? Da ist es. Ich werde das zu meinem Bobby Brown Puder, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, in Blanc nehmen und einfach mit einem abgeschrägten Pinsel, dem Sigma Large Angle Contour F40, einmal schön hier drin rum, schwubbeln und auf die Wangen damit. Es gibt einfach diesen wunderschönen Glow. sehr subtil, weil ich finde die Augen, die sind einfach so in your face. Da muss der Blush nicht noch so sein. Der sieht jetzt stärker aus in der Kamera, als er tatsächlich ist. In Wirklichkeit ist das nur so ein goldbrauner Schimmer auf den Wangen. Ihr seht, die Seite ist realistischer. Also so sieht das eher in der Natur aus. Diese Seite ist irgendwie vom Licht her. Und weil eben die Lippen so viel sind, werde ich jetzt einfach nur den Revlon Lipgloss in der Farbe 040 Nude nehmen. Und fertig ist mein Bordeaux Purple Christmas Look. Obwohl das Purple hier nicht so durch rauskommt und diese Seite einfach... Ne, diese Seite viel mehr aussieht als die andere. Und damit ihr nicht schreit... Ne, doch, die Seite ziehe ich noch ein bisschen nach oben. So. Damit das etwas angeglichen ist. Aber es kriegt eh nicht hin, dass beide Augen genau gleich sind. Wer das hinkriegt, Top, Daumen hoch, du bist ein cooler Typ. Ähm, ja. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Postet mir in die Kommentare, welche Farben für euch in einem Weihnachtslook für die Augen empfehlenswert sind. Du darfst ruhig ins Zimmer kommen, ich bin fertig. Der Sven hat grad geduscht und ähm... Oh Gott. Geh... Nein, man sieht sich nicht im Spiegel. Gott sei Dank. Aber er hat ne Boxershorts an. Nicht, ihr kleinen Schweinchen, was ihr jetzt da denkt. Ja. Gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut over and out. Ihr könnt euch da anschauen. vigilant uns so viel zu ihr. Ugh. Nichts dort weiterforsту' Über determ-